Moje, es war noch spontan ans deutsche Eckfahren nach Koblenz und noch zwei, drei andere Ecken. Hi alle zusammen, heute der 8.11., ich bin mal wieder unterwegs, ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen und jetzt bin ich gerade in Altenkirchen den Bismarckturm besichtigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018